An diesem Getränk hier scheiden sich die Geister, was ihr über das Root Beer in der Diet Variante wissen müsst, ich sag's euch. Was geht ab Sportsfreunde, ich bin Simon und heute geht es um das Root Beer, das Original Root Beer Diet aus den USA. Wir haben das aus den USA in den Muskelmacher Shop hier zu uns nach Berlin importiert, um es dann wiederum an euch zu verkaufen. Ich persönlich mag einfach diese Softdrinks sehr gerne, ich kenne es noch aus meiner Zeit in den USA. Ich war ein paar Mal da gewesen und jedes Mal habe ich mich voll gehauen mit diesen amerikanischen Drinks. Und bei Root Beer kann ich mich noch gut erinnern, wie meine Lippen so richtig zusammengeklebt haben, wie bei Tapetenkleister. Also wenn man sich Tapetenkleister oder eigentlich noch schlimmer Sekundenkleber zwischen die Lippen klebt, dann hat man einfach dieses pappige Gefühl im Mund gehabt. Trotzdem einfach mega lecker und in der Diet Variante kann ich eine Sache vorwegnehmen, hier ist kein Zucker drin. Dieser Effekt auf den Lippen, der ist wesentlich geringer. Pro Dose haben wir hier 0 Kilokalorien, wen wundert's, das ist ein Dietgetränk. Gesüßt ist das Ganze mit Süßstoff, mit Azo-Sulfam-K und mit Aspartam. Des Weiteren haben wir hier verschiedene Aromen enthalten und ich glaube, diese Aromen sind das, was diesen typischen Geschmack von Root Beer ausmacht, den man entweder liebt oder abgöttisch hasst. Und genau das ist das Besondere daran. Kommentiert mal einfach, wenn ihr das schon mal getrunken habt, wonach das schmeckt. Ich denke mal, da kommen so lustige Kommentare, wie das schmeckt nach Mundwasser. Aber man muss einfach sagen, es gibt Menschen, die lieben es und es gibt Menschen, die finden es einfach nur extrem eklig. Ich persönlich finde es lecker, wenn es eisgekühlt ist. Ich zeige euch einfach mal, wie das Getränk aussieht und dann sage ich noch was Persönliches dazu. Also ihr seht schon mal die Farbe, die ist vergleichbar mit Cola. So schaut es aus, wenn es Geruchs-YouTube geben würde. Ich würde euch ja mal riechen lassen, weil der Geruch, diese leichte Vanillenote und diesen typischen Root Beer Geruch, den könnt ihr leider nicht wahrnehmen. Ist einfach lecker. Ist einfach richtig lecker. Künstlicher Geschmack. Einfach extrem lecker. Kennt ihr diesen Big Red Kaugummi? Genau so schmeckt das für mich. Das ist für mich genau der beste Vergleich. Also wenn ihr diesen Big Red Kaugummi mögt, werdet ihr das wahrscheinlich lieben. Nur mal so als Information, wenn ihr nicht wisst, ob ihr euch das bestellen sollt. Ihr bekommt es bei uns im Muskelmacher Shop, entweder im 12er Pack oder einzeln. Schaut einfach rein. Unter diesem Video ist der Link, der euch direkt zum Root Beer in der Diet Variante original importiert aus den USA führt. Das war es dann soweit von mir. Ich genieße den Drink. Macht es gut. Viele Grüße. Euer Simon. könnt ihr uns im Müslag genau gemacht haben.